Von 1914 bis 1918 tobte der erste totale Krieg der Menschheitsgeschichte. Im Westen durchzogen Verteidigungsgräben wie dieser, die Frontlinien von der Kanalküste bis an die Grenze der Schweiz. Vier Jahre währte das Massaker, das mit dem blutgetränkten Schützengraben sein schreckliches Symbol erhielt. 60 Millionen Soldaten aus fünf Kontinenten zogen gegeneinander zu Felde. Auf beiden Seiten wurden Hunderttausende verheizt, im erbitterten Kampf um ein paar Meter Boden. Auf deutscher Seite mit dabei waren Adolf Hitler und Erich Ludendorff. Der eine als einfacher Meldegänger, der andere als fast allmächtiger Generalquartiermeister. Kurz nach dem Weltkrieg versuchten sie vergeblich gemeinsam die Macht zu übernehmen. Hitler stürzte die Menschheit in einen zweiten Weltkrieg. Die unselige Rolle Ludendorffs im ersten dagegen ist heute fast vergessen. Berlin 1913. Seit 25 Jahren ist Wilhelm II. an der Macht. Der Kaiser hat seinen Untertanen herrliche Zeiten versprochen und einen Platz an der Sonne. Am 24. Mai heiratet des Kaisers einzige Tochter. In Berlin treffen sich zu diesem Anlass die gekrönten Häupte Europas. König George V. von England ist ein Cousin des Kaisers. Zar Nikolaus von Russland über seine Frau mit Wilhelm verwandt. Die Braut Prinzessin Victoria Luise und ihr Bräutigam Prinz Ernst August von Hannover begeben sich auf dem Weg zum Festmahl. Doch die Idylle trügt. Wilhelm II. weiß, dass die Verwandtschaft aus London und St. Petersburg seine Ambitionen niemals gutheißen wird. Seit der Reichsgründung 1871 hat Deutschland keinen Krieg mehr in Europa geführt. Ein enges Bündnis mit Österreich-Ungarn sichert die beherrschende Stellung auf dem Kontinent. Doch an den Grenzen des Vielvölkerstaats gärt es. Vor allem die Serben sorgen für Unruhe. Der Stein gerät ins Rollen, als der österreichische Thronfolger Franz Ferdinand mit seiner Gemahlin Sophie am 28. Juni 1914 nach Sarajevo reist, um dort einem Manöver von KUK-Truppen beizuwohnen. In der bosnischen Hauptstadt gibt es jedoch serbische Geheimgesellschaften, die der Habsburger Manarchie den Kampf angesagt haben. Obwohl die Sicherheitslage als kritisch gilt, sind die Maßnahmen zum Schutz des Paares völlig ungenügend. Sechs serbische Attentäter haben sich an der Fahrtroute der hohen Besucher postiert. Ein erster Bombenanschlag auf den Konvoi geht fehl. Kurze Zeit später kommt das Auto des Kronprinzenpaares zufällig vor einem der Attentäter zum Halten, der seine Pistole zieht und feuert. Für Franz Ferdinand und seine Gemahlin kommt jede Hilfe zu spät. In Wien weicht der Schock schon bald dem Kalkül, den Mord diplomatisch gegen Serbien zu instrumentalisieren. Man lässt der Regierung in Belgrad ein Ultimatum überstellen. Das erste Problem sind die Konflikte auf dem Balkan, also die Infragestellung der hegemonialen Position der Donaumonarchie durch die Serben. Und das Gefühl in der österreichischen Politik, wir können uns das nicht gefallen lassen. Und wenn wir uns das weiter gefallen lassen, diese Provokationen und jetzt sagen wir auch noch die Unterstützung der Attentäter, dann verlieren wir unseren Großmachtstatus. Die deutsche Seite ist bereit, diese österreichische Position zu unterstützen, weil sie sonst ihren einzigen Verbündeten los wäre. Und sie ist ja ohnehin in einer geopolitisch etwas schwierigen Situation, weil eingekreist, zumindest durch die Entente zwischen den Franzosen und den Russen. Der Unwillen von Zar Nikolaus richtet sich in der Julikrise 1914 vor allem gegen die Machthaber in Wien, die seiner Ansicht nach mit ihrem Ultimatum die russischen Interessen auf dem Balkan gefährden. Eine Garantieerklärung der Deutschen kann den Zaren erst recht nicht beschwichtigen. Auch die engen verwandtschaftlichen Beziehungen zum deutschen Kaiserhaus können bei der Lösung des Konfliktes nicht helfen. Frieden ist schon bald keine Option mehr. Als Russland am 30. Juli die Generalmobilmachung verkündet, gerät Deutschland in Zugzwang und erklärt dem Zarenreich den Krieg. Am 1. August 1914 stürmen in Deutschland Freiwillige die Kasernen. Untauglichkeit gilt als Schande. Bis Weihnachten sind wir wieder zu Hause, glauben die meisten. Gott ist mit uns, verspricht Kaiser Wilhelm II. und schwört sein Volk ein auf den Sieg. An das deutsche Volk. Es muss denn das Schwert nun entscheiden. Mitten im Frieden überfällt uns der Feind. Darum auf zu den Waffen. Jedes Schwanken, jedes Zögern, der Verrat am Vaterlande. Wir werden uns wehren bis zum letzten Raum von Mann und Gott. Und wir werden diesen Kampf bestehen, auch gegen eine Welt von Feinden. Wie nie fühlten die Tausende und Hunderttausende Menschen, was sie besser im Frieden hätten fühlen sollen, dass sie zusammengehörten, kommentiert der Schriftsteller Stefan Zweig. Der Abschied war unsagbar schwer, schreibt eine Mutter. Denn wer konnte denn in die Zukunft sehen und wissen, was sie uns bringen wird? Die Stimmung in der Truppe schwankt vermutlich zwischen einerseits Begeisterung, dass es jetzt endlich losgeht. Also dass man im ganz naiven Sinne das zeigen kann, was man die ganze Zeit gelernt und geübt hat. Und andererseits eine Vorstellung, dass das Ganze kein Spaziergang werden wird. Es werden ja häufig dann die Bilder gezeigt, wo die mit Blumen auf den Gewehren und Frauen rechts, Frauen links und bunt bemalte Eisenbahnwaggons losziehen. Aber ich denke, das ist in mancher Hinsicht auch ein Pfeifen im Walde. Die haben schon eine Vorstellung davon, was auf sie zukommt. Stefan Zweig weiter. Jeder einzelne erlebte eine Steigerung seines Ichs. Er war nicht mehr der isolierte Mensch von früher. Er war eingetan in eine Masse. Er war Volk. Und seine sonst unbeachtete Person hatte einen Sinn bekommen. Keine Stadt, keine Gruppe, die nicht dieser grauenhaften Hysterie des Hasses verfiel. Die Feldherrenhalle in München wurde 1848 im Auftrag des Bayerischen Königs Ludwig I. errichtet und symbolisiert damals die Taten des Bayerischen Heeres. Heute ist vor allem der hier gescheiterte Putschversuch vom 9. November 1923 in Erinnerung, als der weltkriegsgefreite Adolf Hitler und der ehemalige General Erich Ludendorff die Macht in Deutschland übernehmen wollten. Warum die beiden sich zusammentaten, ist nur durch die Ereignisse zwischen 1914 und 1918 zu verstehen. Am 2. August 1914 hat sich Kameramann Martin Kopp hinter einer Säule der Feldherrenhalle postiert und filmt die auf dem Odeonsplatz versammelte Menge. Nach dem Kriegsausbruch 1914 gab es eine große Unruhe in München. Es gab so eine Mischung, gerade auch im Bürgertum, zwischen Sorge bei manchen Leuten. Erstmal so eine Kriegsbegeisterung, auch wenn es manchmal eine recht kurzfristige Kriegsbegeisterung war, aber schon das Gefühl, jetzt geht's los, jetzt können wir Deutschland verteidigen. Und ein Großteil, gerade dieser Leute, die doch dahinter stehen, strömen zum Odeonsplatz. Sie wollen wissen, was passiert. Unter diesen Menschen ist halt auch Adolf Hitler. Wir kennen diese Szene alle aus einem berühmten Foto von Heinrich Hoffmann, der ja später Hitlers Hochfotograf wurde. Auf diesem Foto erscheint es so, als ob ganz München dort sei, als ob alle Menschen jubeln würden. Nach der Machtergreifung 1933 wird Hoffmann das Foto als Beweis für Hitlers patriotische Gesinnung publizieren. Das Interessante ist aber, dass es auch Filmmaterial von dieser Szene gibt. Und dort können wir sehen, dass eigentlich nur ein Teil des Platzes mit Menschen gefüllt ist. Und dass selbst genug Platz ist, dort, wo die Menschen stehen, für eine Straßenbahn durch die Mängel in der normalen Geschwindigkeit durchzufahren. Und die Menschen sehen auch erstmal ein bisschen beunruhigt aus. Und erst in dem Augenblick, in dem sie sehen, dass sie gefilmt werden, dass dann Fotograf steht, fangen sie an, die Hüte nach oben zu werfen und zu jubeln. Und in dem Augenblick drückt Heinrich Hoffmann ab und hat halt auch nur auf diese Menschenmenge gezielt. Und dadurch ist dann dieser Eindruck entstanden, dass ganz München, ganz Europa den Krieg erwartet habe und dass Hitler in der Mitte gestanden hat. Und dass halt Hitler dadurch die Bevölkerung Deutschlands und Europas am Beginn des Ersten Weltkrieges symbolisiert habe. Bis heute ist umstritten, ob der Kopf des damals 25-Jährigen später in das Foto hinein retuschiert wurde. Zweifel an der Authentizität bleiben. Tatsache ist, dass der österreichische Staatsbürger sich freiwillig zur bayerischen Armee meldet. Adolf Hitler lebt zu dieser Zeit in München vom Verkauf selbst gemalter Postkarten. Er ist natürlich interessanterweise jemand, der sich vor dem österreich-ungarischen Wehrdienst gedrückt hat. Vermutlich auch aus dem Grund 1913 nach München kam. Er war damals auch eher so als ein schwächlicher Mensch. Denn letztlich haben ihn ja die österreich-ungarischen Behörden dann doch in München gefunden. Und er fährt dann nach Salzburg, um dort gemustert zu werden und wird ausgemustert als Schwächling. Martin Kopp ist mit seiner Kamera wieder zur Stelle, als König Ludwig III. von Bayern in seiner Kutsche auf dem Kasernenhof des 16. Reserveinfanterie-Regiments fährt. Der Monarch wird von Julius von List begrüßt, dem Kommandeur der zusammengewürfelten Truppe, die so gar keinen militärischen Glanz ausstrahlt. Nachdem Hitler sich freiwillig gemeldet hat, wird er ausgebildet und wird dann in das 16. Bayerische Reserveinfanterie-Regiment gesteckt, was man in der Regel als das List-Regiment nach dem ersten Kommandanten des Regiments, Julius von List, bezeichnet. Dies ist eine Einheit, die erst zu Kriegsbeginn aufgestellt worden ist. Und es ist letztlich so ein bisschen das letzte Aufgebot. Es ist das letzte Aufgebot in dem Sinn, dass es eine Mischung ist aus schon Kriegsfreiwilligen wie Hitler, aber vor allen Dingen auch viele ältere Männer, die in der Ersatzreserve oder im Landsturm gewesen waren. Also entweder Leute, die vor langer, langer Zeit im Bayerischen Herr gedient hatten oder Leute, die überhaupt nicht gedient hatten, aber in die Ersatzreserve gesteckt wurden. Das hieß, das waren Leute, die wurden nicht vollkommen ausgemustert zur Friedenszeit. Aber man hat schon noch gesagt, naja, wenn wirklich ein Krieg ist, die kann man vielleicht noch ausbilden. In 42 Tagen nach Paris, so lautet der ehrgeizige Plan der kaiserlichen Generäle. Am 2. August 1914 überfallen die Deutschen das neutrale Luxemburg, tags darauf das neutrale Belgien. Auf diesen Völkerrechtsbruch hin tritt auch Großbritannien in den Krieg ein. Mit dabei ist der damals 49 Jahre alte Generalmajor Erich Ludendorff. Das Ringen, das anhebt, glaubt er, wird von unendlicher Größe. Gott gebe, dass es endet zu Deutschlands Ehre und Größe. Erich Ludendorff zeichnet zweifellos ein brennender Ehrgeiz aus, der ihn veranlasst, sich gegenüber seinen Mitschülern und gegenüber seinen Mitkadetten, die ja großteils adeliger Herkunft waren, als leistungsstärker zu erweisen. Er ist ganz zweifellos rasch in seiner Auffassungsgabe, aber er ist auch entscheidungsstark und er ist konsequent in seiner politischen Lebensführung und in seiner politischen Grundhaltung. Das kann man eigentlich als eine Konstante bis 1918 nachverfolgen. Der deutsche Angriffsplan fußt auf einem Konzept des preußischen Generalstabschefs Alfred von Schliefen aus dem Jahr 1905, das im Westen einen Blitzkrieg vorsieht. Nach der Sicht der Militärs und insbesondere Erich Ludendorffs hatte Schliefen gleichsam das Geheimnis des Sieges, das Dogma der Vernichtungsschlacht entwickelt. Es lässt sich anhand der vorhandenen Überlieferung zweifelsfrei feststellen, dass er in einem Punkt sehr großen Einfluss auf die Modifizierung hatte. Und das ist die Frage, wie mit der Festung Lüttich, der Maßfestung Lüttich verfahren werden sollte, die ganz entscheidend für das Gelingen des deutschen Durchbruchs nach Belgien und Frankreich war. Hier war es Ludendorff, der von Schliefens ursprünglicher Konzeption, die Festung gleichsam rechts liegen zu lassen und den Vormarsch fortzusetzen, die Konzeption entwickelte Lüttich im Handstreich zu nehmen. Die Deutschen behandeln das kleine Nachbarland mit ungeahnter Brutalität, denn die Belgier leisten Widerstand. Stadt für Stadt, Haus für Haus müssen erstürmt werden. Bewaffnete Freischerler werden verhaftet und erschossen. Die Deutschen hinterlassen eine Spur der Verwüstung. Auch vor der Zerstörung von unersetzlichen Kulturgütern schrecken sie nicht zurück. Am 5. August 1914 greifen die Deutschen Lüttich an. Dank einer Einzelaktion von Erich Ludendorff gelingt es, den Widerstand der Verteidiger zu brechen. Von der Presse als Held von Lüttich gefeiert, verleiht ihm der Kaiser den höchsten preußischen Kriegsorden. Man muss sich klar machen, dass Erich Ludendorff der erste Pur-Limeritt-Träger des Kaiserreichs war, des Krieges war und damit natürlich auch durch die Verbreitung seiner Persönlichkeit in den Journalen der damaligen Zeit und in den Wochenschauen, die aufkommen, ein Popularitätsmaß erreichte, das eben ungewöhnlich war. Kurt Tucholsky hat es einmal sehr treffend ausgedrückt. Erich Ludendorff ist einer der ersten Militärstars der Epoche. Der Kaiser selbst war nicht so begeistert von Ludendorff. Hier spielen aber wohl Eifersüchteleien des Monarchen eine gewisse Rolle, der sich ja selbst bis zum Kriegsende auch ganz unmittelbar als oberster Kriegsherr betrachtete. Militärische Fähigkeiten hat Wilhelm II. auch vor dem Krieg nicht gezeigt. Jetzt geht er den Heerführern auf die Nerven. Die Generäle möchten jede Einmischung in ihre Angelegenheiten verhindern und halten den Kaiser von allen operativen Planungen fern. Nach der Eroberung Lüttichs am 16. August kommt der Schliefenplan endlich in Schwung. Doch gleichzeitig marschiert eine Streitmacht des Zaren in Ostpreußen ein. Die oberste Heeresleitung macht Ludendorff zum Chef des Stabes der bedrängten 8. Armee. Erich Ludendorff kommt mit dem Sonderzug der obersten Heeresleitung von der Westfront. Er ist der strahlende Held von Lüttich. Und er hat vom Generalstabschef Helmut von Molke die Instruktion und den Auftrag bekommen, wie Molke sich wörtlich ausdrückte, den Osten zu retten. Da Ludendorff aufgrund seiner Jugendlichkeit und seines geringen Alters nicht das Amt des Oberbefehlshabers der 8. Armee im Osten des Reiches übernehmen konnte, musste also ein erfahrener General gefunden werden, von dem man annehmen konnte, dass er mit diesem mitunter heiß spornigen General Ludendorff zusammenarbeiten konnte. Diese Persönlichkeit fand man in Paul von Hindenburg, der seit einigen Jahren als Ruheständler bei Hannover lebte. Und bereits in der ersten Besprechung entwickelt Ludendorff das Konzept für den Angriff gegen die russischen Armeen in Ostpreußen. Und Hindenburg unterzeichnet dann die Befehle. Nominell ist der 66 Jahre alte Hindenburg der Befehlshaber. Doch in Wahrheit trifft Erich Ludendorff alle Entscheidungen. Hindenburg darf sich für die Kamera der Wochenschau über Pläne beugen und auch sonst das dekorative Aushängeschild geben. In Absprache mit den Verbündeten in London und Paris, die im Westen auf Entlastung hoffen, haben die Truppen des Zaren am 17. August mit einer massiven Offensive im Osten begonnen und zunächst dem schwächeren Österreich-Ungarn furchtbare Niederlagen bereitet. Jetzt drohen zwei Armeen des Zaren, tief in deutsches Hoheitsgebiet einzudringen. Das Besondere an der Schlacht bei Tannenberg ist ja, dass es eine Vernichtungsschlacht ist, die geschlagen wird gegen eine Armee, während eine zweite feindliche Armee sich in unmittelbarer Nähe befindet. Entscheidender Beitrag von Erich Ludendorff ist ganz zweifellos, dass man dieses hohe Risiko eingeht und sich entscheidet, die nur durch die masurischen Seen geteilten beiden russischen Armeen gleichsam getrennt voneinander, nacheinander militärisch zu schlagen. In einer Kinowochenschau werden diese Aufnahmen von der Schlacht bei Tannenberg gezeigt. 50.000 russische Soldaten sind gefallen. Mit Ludendorff arbeitet es sich famos, notiert ein Mitarbeiter nach dem Sieg über die Russen. Er ist für die hiesige Aufgabe der richtige Mann mit seiner unglaublichen Rücksichtslosigkeit und Grobheit. Währenddessen stößt im Westen der Vormarsch der Deutschen auf heftigen Widerstand von Briten und Franzosen. Den Alliierten gelingt sogar ein Durchbruch durch die deutschen Linien. Zunächst einmal nach dem Rückzug von der Marne graben die Deutschen sich ein. Das hat auch damit etwas zu tun, dass man erschöpft ist, physisch erschöpft, psychisch erschöpft. Und dass man die sehr hohen Verluste, die während des Bewegungskrieges in den ersten anderthalb Monaten, dass man die nicht prolongieren kann. Und mit dem Eingraben sinken die Verluste, also die Tagesverluste, die Wochenverluste zunächst einmal. Es ist also eine Erholungspause, als die das gedacht ist. Währenddessen beginnt das, was man missverständlich den Wettlauf zum Meer genannt hat, nämlich der Versuch sozusagen immer wieder über den rechten, deutschen oder den linken, französisch-britischen Flügel, die je andere Seite doch noch zu umfassen. Das führt zu einer Reihe von Schlachten, die aber keine Umfassungsschlachten mehr werden, sondern Frontalschlachten. Und das endet dann irgendwann bei Ypern, wo man noch einmal gehofft hatte, durchzustoßen. Aber die Belgier öffnen dann die Schleusen und damit steht die ganze Gegend unter Wasser und dann ist das da oben vorbei. Genau hier bei Ypern verläuft vier Jahre lang die Frontlinie. Die Schützengräben sind nur wenige hundert Meter voneinander entfernt. Trotz heftigen Artilleriefeuers wird es den Deutschen bis 1918 nicht gelingen, Ypern zu erobern. Immer wieder werden die Soldaten auf beiden Seiten zu sinnlosen Vorstößen gezwungen. Als der Schliefenplan zu scheitern droht, schickt die oberste Heeresleitung immer neue Truppen an die Westfront. So geht's voran in Reihe und Glied, heißt es in den holprigen Versen eines Reservisten. So singen wir das Wanderlied. Nun tut das Best und packt sie fest. Wer weiß, bald kehren wir heim zum Nest. Selten sind die Soldaten so gut vorbereitet, wie diese Aufnahmen suggerieren. Der letzte Versuch ist halt mit den Reserveregimentern, die man da aufgestellt hat, die schlecht ausgebildet sind, die auch von Offizieren geführt werden, die die moderne Taktik, die sonst in den deutschen Truppen durchaus eingeübt worden ist, nicht beherrschen. Und die also dann Angriffe um Angriff bei Ypern vorgeführt werden und die ungeheure Verluste haben. Mitte Oktober macht sich auch das Bayerische Listregiment aus München auf den Weg. Während der Ausbildung hat sich der Soldat Adolf Hitler vor allem über die langen Märsche beklagt. Hitler zusammen mit den anderen Männern seiner Einheit werden dann im Laufe des Oktober nach Belgien verlegt. Und während dieser Zeit gibt es halt schon irgendwie so ein, zwar etwas nervöses, aber insgesamt so eine Hochstimmung in der Truppe. So nach dem Motto, endlich geht's los und wir sind die Größten der Welt, wir werden alle schlagen. Dann müssen sie allerdings tatsächlich in die Schlacht ziehen und dann kommt wirklich die große Ernüchterung. Das hat auch was damit zu tun, dass sie wirklich bisher nicht richtig ausgebildet sind. Das sind Männer, die bis vor wenigen Wochen oder Großteil Männer, die bis vor wenigen Wochen noch nie eine Waffe in Hand gehabt hatten. Die auch während der Vorbereitungszeit häufig mit anderen Waffen umzugehen hatten. Die auf einmal erst an der Front die richtigen Waffen bekommen und so gar nicht genau wissen, wie man mit denen umgeht. Eine Postkarte aus dem Jahr 1914 soll den Lieben daheim zeigen, wie geordnet es an der Westfront zugeht. Tatsächlich herrscht das blanke Chaos. Hitler und seine Kameraden erhalten den Befehl, die Briten aus dem flämischen Dorf Gelofeld zu vertreiben und in Richtung Üpern vorzustoßen. Ein Foto zeigt ihn etwa zu dieser Zeit mit Pickelhaube. Sie sind dann auf einmal in der ersten Schlacht Ende Oktober 1914 östlich von Üpern. Hitler ist während dieser Zeit auch noch wirklich ein normaler Soldat. Und man muss sich das schon so vorstellen, dass dort die Soldaten wirklich erstmal ziemlich in den Kampf gelaufen sind, gestürmt sind, wie sie sich irgendwie den Krieg vorgestellt haben. Und sie haben es dann aber mit britischen Truppen zu tun, auch mit Einheiten, die schon im Kolonialkrieg und so weiter gekämpft haben, die dann ganz kühl und erbarmungslos diese bayerischen Soldaten niederschießen. Und von daher kommt es in dieser ersten Schlacht zu wahnsinnig großen Verlusten. Allein am ersten Tag der Schlacht verlieren 349 Mann des Listregiments ihr Leben. Manche Einheiten melden Verlustzahlen an Verwundeten und Toten von über 75 Prozent. Fotos von niedergestreckten Feinden werden als Postkarten in Umlauf gebracht. Kameramann Martin Kopp hat die bayerischen Reserveregimenter nach Belgien begleitet, um Kriegsberichte aus dem Westen für die heimischen Kinos zu drehen, wie die Besetzung dieser Windmühle. So in etwa muss man sich auch Adolf Hitlers Einheit vorstellen, als am 24. November 1914 die erste Flandern-Schlacht endet. Wie es nach dem blutigen Gemetzel in den überlebenden Soldaten aussieht, lassen die Bilder nur ahnen. Das ist auch dann Hitlers einzige wirkliche Kampferfahrung, denn schnell nach dieser ersten Schlacht wird ja dann Hitler Meldegänger für den Regimentstab. Man weiß nicht so hundertprozentig, ob das jetzt auf Eigeninitiative war oder ob er dafür eingeteilt wurde. Wie es auch gewesen sei, ist er ab dann Soldat im Regimentstab. Aber diesen ersten Kampf, den nimmt ihn wirklich ganz stark mit, wie man halt aus den Briefen, die er dann nach Hause schickt, nachempfinden kann. Die deutschen Soldaten verlassen das völlig zerstörte Gelofeld, das sie unter ihre Kontrolle gebracht haben. Den Angriff auf Üpern haben die Briten zurückgeschlagen. Auf nach Komin ist diese Zeichnung benannt, die von Hitlers Hand stammen soll. Wahrscheinlich aber ist es eine Fälschung aus späteren Jahren. Gesichert ist die Urheberschaft Hitlers bei diesem Bild des belgischen Messin, wo das Listregiment zu Weihnachten sein Quartier bezieht. Die mittelalterliche Klosterkirche wurde nach dem Ersten Weltkrieg wieder aufgebaut. Nichts mehr sei vorhanden, schreibt Hitler Ende 1914 nach München, als ein ungeheurer Brand und Schutthaufen. An Heiligabend versammeln sich die Männer in den Ruinen. Einen Weihnachtsbaum hatten wir auch, schreibt ein Soldat, und die Stimmung war demnach wirklich festlich. Sekt ist auch da, fast jeden Tag, also was soll man mehr? An einigen Abschnitten der Front kommt es zu Verbrüderungsszenen mit britischen Soldaten. Wir wollen Frieden, ihr wollt Frieden. Wir schießen nicht, ihr schießt nicht. Hitler bedankt sich Anfang 1915 in Briefen an Josef Popp, seinem Zimmervermieter in München, für Pakete und beklagt, dass ihn das ewige Artilleriefeuer allmählich nervös macht. Die Moral der Soldaten ist inzwischen so schlecht, dass man sie unter Androhung von drakonischen Strafen zum Kämpfen zwingen muss. Martin Popp dreht Anfang 1915 eine würdevolle Beerdigung von gefallenen Deutschen. Tatsächlich vermodern viele der Toten zwischen den Linien. Seine Aufnahmen aus einem Lazarett zeigen beste Bedingungen für die verwundeten Soldaten. Doch die Bilder können nicht verbergen, wie überfüllt es hier ist. Und die hygienischen Bedingungen sind in Wahrheit untragbar. Mangels sauberer Quellen müssen die Sterbenden und Verwundeten vielerorts Wasser trinken, das wie flüssige Jauche aussieht. Ich glaube, dass auch für die meisten anderen Soldaten die Ernüchterung nicht sofort in eine Ablehnung des Krieges übersetzt wird. Denn es ist vollkommen klar, dass bei manchen anderen Soldaten es irgendwann zu einer größeren Distanz und Ablehnung kommt. Aber im Großen und Ganzen ist es schon, glaube ich, der Fall für Soldaten von allen Seiten im Ersten Weltkrieg, dass sie letztlich schon meinen, dass die Sache ihres eigenen Staates eine gerechte Sache ist. Oder zumindest, dass es immer noch besser ist, zu gewinnen als zu verlieren. An der belgisch-französischen Grenze setzt die Witterung den bayerischen Regimentern zu. Aus seinem Quartier im Hof Bethlehem bei Messin schreibt Hitler, das Wetter ist miserabel, oft tagelang bis zum Knie im Wasser, ewig kann es so nicht weitergehen. Und Hitler fantasiert jetzt auch von einer besseren Welt, in der nicht nur Deutschlands Feinde im Äußeren zerschmettert werden, sondern dass auch unser innerer Internationalismus zerbricht. Das wäre mehr wert als aller Ländergewinn. Angesichts der unerwartet kritischen Situation hadert auch Wilhelm II. mit dem Schicksal. Immer wieder fordert der Kaiser seine Generäle zu sinnlosen Angriffen auf. Das Jahr 1915 ist dadurch gekennzeichnet, dass beide Seiten, die Entente und die Mittelmächte, darüber nachdenken, wie sie den Krieg zu vertretbaren Bedingungen, also bei Minimierung der Verluste, erfolgreich weiterführen können. Und da ist die deutsche Entscheidung, wir konzentrieren unsere Kräfte gegen Russland. Wir stellen im Prinzip die Westfront still, ziehen dort die Reserven heraus, agieren an der Westfront eigentlich gar nicht offensiv. Gemäß der Planung der zweiten obersten Heeresleitung attackieren Truppen aus dem Deutschen Reich und Österreich-Ungarn ab Mai 1915 entlang der Ostfront die Armeen des Zaren. Mit dabei ist der amerikanische Journalist Wilbur H. Durborough, der einen Film über von Hindenburgs Armee an der Front für das Publikum in den USA dreht. Doch das eigentliche Kriegsgeschehen zu filmen, lässt die Pressezensur nicht zu. Und so begnügt sich der Kameramann mit harmlosen Aufnahmen aus der Etappe. Auch der Oberbefehlshaber setzt sich kameragerecht in Szene. Paul von Hindenburg ist inzwischen ein Mythos. Die Befehle unterzeichnet Erich Ludendorff, ohne dass sie Hindenburg überhaupt gezeigt werden. In den östlichen Besatzungsgebieten haben wir seit 1915 die Kommandostelle Oberbefehlshaber Ost, formal mit Hindenburg an der Spitze, mit seinem Staatschef Ludendorff. Diese Territorien im Osten, da wird man insgesamt sagen müssen, dass Ludendorff bestrebt war, die Dinge gleichsam nach preußischen Methoden zu organisieren. Man kann sagen, dass es eine Kodifizierung gibt von Beschlüssen, wie gleichsam in den Besatzungsgebieten verfahren werden sollte. Auf der anderen Seite ist nicht zu leugnen, dass auch Erich Ludendorff, und das zeigt sich schon sehr früh 1915, durchaus von sozialdarwinistischen Prämissen ausgeht. Es gibt Äußerungen von ihm, die ganz deutlich zeigen, dass Teile der slawischen Bevölkerung vertrieben werden müssen und auch in der Tat vertrieben werden. Es gibt weitere Zeugnisse, die eindeutig belegen, dass er plant, seine Soldaten der Ostarmee eben mit Territorien zu belehnen und, wie er sich ausgedrückt hat, dafür zu sorgen, dass hier Zuchtstätten germanischen Lebens geschaffen werden. Also dieser Aspekt, den wir dann in ganz anderer Dimension im Nationalsozialismus finden, der ist gleichsam im Kern durchaus hier angelegt. Der Borough dreht auch diese Aufnahmen der jüdischen Bevölkerung im besetzten Warschau. 25 Jahre später werden die Deutschen wiederkommen, diesmal unter dem Befehl Adolf Hitlers und mit Vernichtungsfantasien im Gepäck. Am 5. August 1915 haben die kaiserlichen Truppen die polnische Hauptstadt eingenommen. Endlose Militärkolonnen marschieren durch Warschau. Erich Ludendorff missfällt die Strategie der obersten Heeresleitung. Enttäuscht schreibt er im Oktober 1915, die Ostarmee steigt in den Winterschlaf. Der neue Generalstabschef Falkenhain geht davon aus, dass die Russen eigentlich nicht mehr handlungsfähig sind militärisch. So schwer sind die Verluste auch an Material. Im Westen hält man sich defensiv. Falkenhain ist zwar der Überzeugung, der Krieg wird im Westen entschieden. Aber wir haben im Osten erhebliche Fortschritte gemacht und die Idee Falkenhain ist ja, das Zarenregime zu einem Separatfrieden zu zwingen. Also gewissermaßen die Idee Schliefens, die Niederwerfung Frankreichs, um dann die Kräfte gegen den Osten zu konzentrieren, umzudrehen. Separatfrieden mit den Russen, die Kräfte an die Westfront und dann die Entscheidung herbeizuführen. Und das aber hat er für 1916 vor. In den Wäldern westlich der französischen Stadt Verdun ist ein Relikt des Ersten Weltkriegs erhalten geblieben, das die Dimension dessen erahnen lässt, was hier 1916 geschah. Während des Winters haben sich deutsche Ingenieure 350 Meter tief ins Erdreich gegraben, um unterirdische Gänge anzulegen. Geschützt vor feindlichem Artilleriebeschuss soll dank solcher Schnellverbindungen der Nachschub für die Front gesichert werden. Auch ein Lazarett samt Operationstrakt steht hier für die verwundeten Soldaten zur Verfügung, die man in großer Zahl erwartet. Vorbereitungen für eine Schlacht, die als eine der blutigsten in die Geschichte eingehen wird. Der sogenannte Kaisertunnel ist nur eines von fast einem Dutzend Bauwerken dieser Art, die im Februar 1916 den kaiserlichen Strategen zur Verfügung stehen. Prinz Wilhelm von Preußen besucht bei Verdun eine Einheit der 5. Armee. Der Durchbruch Richtung Paris war hier schon im September 1914 gescheitert. Jetzt macht der Kronprinz den für einen Propagandafilm ausgewählten Soldaten Mut. Den können die Einheiten auf beiden Seiten gut gebrauchen. Denn ab dem 21. Februar 1916 kämpfen eine halbe Million Deutsche und 200.000 französische Soldaten erbittert um jeden Meter Boden. Kameraleute, die zu Beginn des Krieges nur weit weg von der Front filmen durften, sind jetzt hautnah dabei. Ein französischer Soldat berichtet, als würde man einen Theatervorhang lüften, erschien vor uns das Schlachtfeld mit all seinem Grauen. Ein schrecklicher Geruch, ein Beinhausgeruch steigt aus dieser Verwesung hervor. Er packt uns an der Kehle. Und für viele Stunden wird er nicht ablassen. Auf französischer Seite hat General Philippe Pétain den Oberbefehl übernommen, ein scharfer Kritiker der Strategie von Generalstabschef Geoffrey. Ihr eiserne Wille wird sich an unserer Standhaftigkeit brechen, prophezeit er seinen Soldaten. Schließlich werden wir sie bezwingen. Mit ungewöhnlichen Maßnahmen organisiert Pétain die Verteidigung, die schließlich zum Erfolg führen. Die Franzosen verlieren mehr Männer, aber es ist nicht so dramatisch ein Mehr, wie Falkenhayn sich das ausgerechnet hat. Und das hat vermutlich damit zu tun, dass Pétain zu einer Lösung kommt, nämlich dass er permanent die Truppen auswechselt. Also nach zwei Wochen werden die in Verdun eingesetzten Einheiten abgelöst und über die Heilige Straße zurückgeführt. Und es kommen neue rein, während die Deutschen das nicht machen, sondern die Fünfte Armee kämpft permanent. Falkenhayn ist der Überzeugung, dass die Moral der deutschen Soldaten das aushält und die werden dann permanent aufgefrischt. 80 Prozent der französischen Kriegsteilnehmer waren irgendwann in Verdun. Im Deutschen war es nur ein kleiner Teil. Weswegen, da die deutschen Einheiten regional rekrutiert werden, es bestimmte Gegenden gibt, für die ist Verdun der Inbegriff des Todes. Vor allem die effektive Organisation des Nachschubs rettet die Franzosen vor einer Niederlage gegen den übermächtigen Feind. 135 Tage tobt die Schlacht. Auf beiden Seiten sterben etwa 100.000 Soldaten. Einen klaren Sieger gibt es nicht. Wilhelm II. verteilt in malerischer Umgebung Orden. Der Monarch schwört seine Soldaten ein auf den Sieg, auch wenn der in weite Ferne gerückt ist. Angesichts des militärischen Desasters an der Westfront machen sich einflussreiche Stimmen bemerkbar, die den glücklosen Erich von Falkenhayn durch das erfolgreiche Tandem Hindenburg-Ludendorf abgelöst sehen möchten. Der Kaiser selbst sieht sich einem Geflecht von Einflüsterern gegenüber. Da ist auf der einen Seite sein unmittelbarer Beraterkreis verkörpert eben durch das kaiserliche Militärkabinett. Hier gibt es eine starke Tendenz pro Falkenhayn, also eine starke Skepsis gegenüber diesem Heißsporn Ludendorff. Auf der anderen Seite gibt es beim Reichskanzler nach Verdun große Vorbehalte gegenüber Falkenhayn. Und es kommt verschiedentlich zu Gesprächen zwischen Bethmann-Hulweg, Ludendorff und Hindenburg, die schließlich dazu führen, dass der Reichskanzler als der für die politische Leitung des Krieges Verantwortliche beim Kaiser den Vorstoß unternimmt, Falkenhayn zu entlassen. Schauplatz des verhängnisvollen Personalwechsels in der obersten Heeresleitung ist das kaiserliche Hauptquartier im schlesischen Pless. Heute in Südpolen gelegen, beherbergte das Schloss am 29. August 1916 Wilhelm II. und seine Entourage. Die Innenräume im Westflügel sind so gestaltet, wie sie damals wohl ausgesehen haben. Seit Kriegsbeginn hält sich der Kaiser meistens weit ab von der Front auf. Wilhelm, der sich selbst ganz als Soldat versteht, quält seine engste Umgebung mit Gemütsschwankungen. Ein Beobachter notiert, schwierige Stimmung des Kaisers. Einmal verzagt, der Krieg ginge nie zu Ende. Dann wieder ganz groß, er sei stahlhart. Sie müssten alle vor ihm auf die Knie. Die besorgniserregende Entwicklung auf den Kriegsschauplätzen macht eine schnelle Entscheidung notwendig. Denn am 27. August ist Rumänien der Entente beigetreten. Doch der Kaiser zögert. Wilhelm fürchtet, dass Hindenburg das gesamte Charisma des Siegers auf sich vereint und es nicht ihm oder dem Hause Hohenzollern zukommt. Und eigentlich fürchtet Wilhelm vor allen Dingen Ludendorff, der ein brutaler und durchsetzungsfähiger Typ ist und will ihn eigentlich unter keinen Umständen in dieser Position haben. Aber dann ist die Situation eben doch so schwierig mit dem Kriegseintritt Rumäniens, dass sie glauben, nicht anders zu können, als in diesen nun wahrlich vergifteten Apfel zu beißen. Wenn eure Majestät Hindenburg und Ludendorff nehmen, prophezeit ihm der unterliegende Falkenhain, dann hören euer Majestät auf, Kaiser zu sein. Als Deutschlands Nummer eins bestimmt fortan der erste Generalquartiermeister die gesamte Kriegsführung der Mittelmächte. Erich Ludendorff ist am Ziel. Unterdessen hat sich der Gefreiter Adolf Hitler in seiner neuen Rolle als Meldegänger des Regimentsstabes auf Dauer eingerichtet. Hitler hat in der Regel ein sehr positives Verhältnis zu seinen Vorgesetzten. Es gibt ein paar Ausnahmen, aber im Großen und Ganzen kommt er gut mit ihnen klar und sie kommen gut mit ihnen klar. Denn Hitler ist in einem traditionellen Sinne ein guter Soldat. Er macht das, was ihm aufgetragen wird. Er macht auch innerhalb dieses Rahmens durchaus mehr manchmal, als von ihm gefordert wird. Er ist allerdings ein reiner Befehlsempfänger. Seine Vorgesetzten sehen in ihm überhaupt keine Führungs- oder Führerqualitäten. Hitler hat ja dort als Resultat dessen während des ganzen Krieges nie Befehlsgewalt, auch nur über einen einzigen anderen Soldaten gehabt. Er wurde durchaus natürlich zu Kriegsbeginn nach der ersten Schlacht gefreiter, aber damit war keine Befehlsgewalt über andere Soldaten verbunden. Im französischen Fournorm Web haben die Meldegänger des 16. Bayerischen Reserveinfanterie-Regiments im Sommer 1916 ihre Unterkünfte. Hitler soll sogar ein Liebesverhältnis mit einer Französin gehabt und einen illegitimen Sohn gezeugt haben. Bewiesen wurde das nie. In einem Garten nahe der Hauptstraße ist eine deutsche Sanitätsstation untergebracht. An dieser unscheinbaren Backsteinmauer entsteht damals ein besonderes Foto. Der gefreite Adolf Hitler im Kreise seiner Kameraden. Später wurde das Bild millionenfach für des Führers Gefolgschaft vervielfältigt. Die gesicherte Erkenntnis über Hitlers Verhältnis zu den anderen Soldaten des Regimentes ist, dass Hitler gut mit den Soldaten des Regimentstabs klarkam. Also mit seinem unmittelbaren Umfeld. Gut klarkkommen heißt allerdings in diesem Fall, dass ihn seine Kameraden als etwas eigenartigen Kauz empfunden haben, der irgendwie immer in der Ecke sitzt und Bücher liest und Zeitungen liest. Den man nicht so ganz ernst nimmt, den aber eigentlich alle ganz nett finden und der auch dadurch kameradschaftlich behandelt wird. Der auch wiederum, wenn zum Beispiel während des Krieges Soldaten nach Lille fahren dürfen an einem Tag, der während dieser Zeit lieber durch die Straßen zieht und Häuser und Ruinen skizziert, als mit seinen Kameraden entweder in die Kneipe oder auch ins Bordell zu gehen. Also von daher wird Hitler von diesen Leuten respektiert, er gehört aber nicht so ganz dazu. Entgegen der späteren Behauptung, der Führer sei in seiner Funktion als Meldegänger von Schützengraben zu Schützengraben eilend des Öfteren durchs Feuer gelaufen, hält sich Hitler meistens einige Kilometer hinter der Front auf. Seine Einheit wird im Herbst 1916 nach Süden verlegt, auf die blutgetränkten Killing Fields an der Somme, wo die Briten am 1. Juli eine Großoffensive begonnen haben. Allein am ersten Tag haben hier über 20.000 Mann ihr Leben verloren. Wer hierher abkommandiert wird, weiß, dass er keinerlei Einfluss mehr auf sein Schicksal haben wird. Wer hierher abkommandiert wird, weiß, dass er nicht mehr auf sein Schicksal haben wird.